Herzlich willkommen im Metropolis-Kino bei der Filmreihe Queer in the 90s und es ist unsere vorletzte Veranstaltung, bevor die Reihe dann im März zu Ende geht und ich freue mich ganz besonders, dass heute Monika Treuth zu Gast ist, die nämlich die Reihe 2021 tatsächlich ja schon mit Queer in the 80s gestartet hat und die wir dann mit Queer in the 90s fortgesetzt haben und die Idee war ja unter anderem das queere Film erbe etwas bekannter zu machen und wir zeigen heute Female Misbehavior, das sind vier kurze dokumentarische Filme, 1992 entstanden und die Uraufführung gab es auf dem Internationalen Filmfestival in Toronto und ich begrüße jetzt ganz herzlich schon vor dem Film, wie ich ein paar Worte sagen möchte, Monika Treuth, herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank liebe Manja und vielen Dank, dass ihr so teilreich erschienen seid an einem Montag, an einem kalten. Female Misbehavior ist eine Sammlung von vier kurzen Filmen, die allerdings entstanden sind im Zeitraum von 1983 bis 1991. Das sind sozusagen meine Underground New York Filme und ja, es geht um die vier Tabus der Frauenbewegung und zwar das erste Tabu ist lesbischer Sadomasochismus in Bondage, und der zweite ist ein Porträt, ein Kurzporträt von der Annie Sprinkle, die damals anfing als Performance Artist zu arbeiten, aber lange Zeit ein Prostituierte war und in Pornofilmen aufgetreten ist, in XX-rated pornografischen Filmen. Und das dritte Porträt ist von Dr. Camille Paglia, eine antifeministische Feministin, die glaube ich heute gar nicht mehr bekannt ist. Wer kennt denn noch Camille Paglia? Ah, eins, zwei, oder? Drei, vier. Na gut, die war Bestsellerautorin in den 80er und 90er Jahren und hat die Linke und die Frauenbewegung gespalten. Und sie war zufällig die beste Freundin meines Nachbarn. Und ich sah sie eines Tages und sie war so spontan wie ein Stand-up-Comedian. Und ich habe gesagt, ich muss unbedingt diese Frau vor die Kamera kriegen. Und das finde ich eigentlich so den amüsantesten Teil von Female Misbehavior. Und dann gibt es eben noch das fast das allererste Porträt eines Transmannes von Max Wolf Valerio, der auch in meinen anderen Filmen auftaucht, in Gender Notes und Gender Ration. Okay, es ist also vier kurze Filme, insgesamt 80 Minuten, nicht zu lang. Und wenn ihr mögt, können wir hinterher noch sprechen. Vielen Dank fürs Kommen. Oh je, oh je, das war ja eine ganz verschrippelte Kopie. Ich hoffe, das ging trotzdem. Man sieht, wie alt das, also wann das gedreht wurde. Zum Teil mit Super 8, Umatik, mit wirklich verschiedensten preiswerten Medien in der Zeit. Und dann, glaube ich, auf 16 haben wir es aufgeblasen. Und was ihr hattet, war eine Betacam. Ja, wir haben jetzt eine Betacam SP gespielt. Die 16 Millimeter hätten wir auch noch zur Auswahl gehabt. Aber unsere Archivarmeite, die hätten wir lieber nicht. Okay, die ist ganz zerschrappelt. Hilfe. Okay. Hm, komisch. Aber auf der Berlinale haben sie das nochmal gezeigt, vor drei Jahren. Da sah das eigentlich ganz gut aus. Muss ich nochmal nachfragen bei Salz. Aber war das jetzt so schlimm? Ich fand es ziemlich, äh, naja. Ziemlich grenzwertig, okay. 90er Jahre Videoästhetik. Ja, Underground halt, ja. Okay, jetzt vielleicht nochmal kurze Einladung. Also Monika Treuth, schön, dass du jetzt nochmal hergekommen bist. Wir haben nämlich den Pink Channel zu Gast, der unser Gespräch auch nochmal aufzeichnet. Genau, du hattest vorhin schon gesagt, diese Kurzporträts sind ja in deiner Underground-Zeit in New York entstanden, wobei die Phase jetzt recht lang ist, ne, der erste von 83, 84 und jetzt Max, äh, 1992. Wie kam es denn zu diesen Porträts eigentlich? Das kam aus meiner Ungeduld zwischen den Langfilmen, weil es dauert ja immer, auch selbst bei Low-Budget-Produktionen dauert es immer, bis die Produktionsgelder da sind. Und, ähm, ich hab dann einfach zwischendurch Kurzfilme gemacht. Und da Kurzfilme immer schwer zu verleihen sind, ähm, hab ich diese vier Filme dann zusammengefasst, äh, 92. Dann liefen die, äh, in Toronto auf dem Festival, kamen ganz gut an. Und dann hat mein amerikanischer Verleiher die genommen und halt als, ja, als 80-Minüter dann in die Kinos gebracht in New York. Du hast gerade über kurz gesagt, amerikanischer Verleiher, das sollten auch tatsächlich, ähm, US-amerikanische Geschichten sein? Oder hättest du dir auch denken können, solche Protagonistinnen in Deutschland zu finden? Weil du hast ja 83 schon eine Stippvisite gemacht in, ja, in New York und bist, hast ja dann auch von hier wieder gearbeitet, hast dann, äh, noch promoviert und hast dann, ähm, die Verführung, die grausame Frau mit El Chimikas zusammengemacht. Und danach sind ja noch mal weitere Kurzporträts entstanden in New York. Aber hättest du, war vielleicht Deutschland noch nicht so in der Zeit, dass du auch hättest hier diese Protagonisten filmen können? Naja, äh, Annie Sprangle war ja ihrer Zeit immer schon voraus. Ähm, sie ist ja wirklich eine außergewöhnliche Persönlichkeit, die aus dieser eigenen Geschichte als, ähm, Prostituierte, als Pornostar, dann in die Performance-Art geht. Und sie war damals, äh, Mitte, Ende der 80er, äh, hat sie komplett das Fach gewechselt, sozusagen. Und ich hab sie ihn, äh, kennengelernt in San Francisco, als sie gerade eine Kellerbühne suchte. Und ich suchte Locations für die Jungfrauenmaschine. Da sind wir uns begegnet. Sie lebte noch in New York City damals. Und dann haben wir uns angefreundet. Und ich hab sie dann gebeten an einem Tag, ob sie nicht für uns, äh, vor, vor der Kamera noch mal Teil ihrer Performance-Show noch mal mit uns nachinszeniert. Und das war zu der Zeit, als ich auch mit Kampnagel gearbeitet hab. Da gab's einen wunderschönen Abend mit einem Elfriede-Jellinek-Text. Und da hat die, ähm, Barbara Billabell, die das inszenierte, mich gebeten, da einen Kurzfilm zu drehen, der dazu passte. Und das hat alles wunderbar geklappt. Also das war so eine Art Austausch. Und das war auch in der Zeit so, dass die Annie Sprinkle, wann kam sie nach Hamburg, ins Schmitz-Theater. Ich glaube, das war auch so Ende der 80er, Anfang der 90er. Es war, glaub ich, die Zeit, wo sehr viel kultureller Austausch stattgefunden hat. Ähm, und, äh, interessante Prozesse fingen in New York an und haben sich dann langsam nach Westeuropa, äh, umgesetzt auch. Also ich weiß noch, als ich Anfang der 80er nach New York ging, für ein halbes Jahr, ähm, da gab's dieses großartige Wow-Café, wo Leute wie Diane Thor, die vielleicht noch im Begriff sind, hier aufgetreten sind. Und, also da ist feministische Queere, das hieß ja damals noch gar nicht Queer, das hieß damals Gay und Lesbian, wo diese Kultur schon Räume hatte und sehr viel spektakuläre Kunst und Performance gemacht hat. Das war damals noch nicht so wirklich in Deutschland vertreten. Das ging langsam los in Berlin und Hamburg und, äh, gerade New York war uns einfach ein bisschen voraus. Du hast auf deiner, ähm, Webseite, ja auch ein paar Pressestimmen versammelt zu dem Film, die ja durchaus sehr, ähm, positiv sind tatsächlich und durchweg auch in verschiedensten, ähm, internationalen und nationalen, äh, Zeitungen und Zeitschriften. Eine möchte ich mal vorlesen, äh, steht treu, das ist eine sexualpolitische Provokateurin, die uns auf ihre Forschungsreisen in sexuelle Randbereiche mitnimmt, die nur wenige Filmemacher aufsuchen. Würdest du dich denn selber auch so bezeichnen? Ich glaube, äh, da denken wir als Filmemacher in gar nicht so drüber nach. Also ich habe immer das gemacht, wozu ich Lust hatte, ähm, nicht, nicht so bewusst, äh, provokat, provokatörisch unterwegs. Also ich erinnere noch, ähm, der Film wurde damals ja auf Kampnagel aufgeführt, der Film über Annie Sprankle. Und da kam der Staatsanwalt, also da wurde die Kopie beschlagnahmt, äh, nicht bei der, zum Glück nicht bei der Premiere, aber dann, ähm, durfte die Kopie nicht aufgeführt werden. Wo war das? Das war, äh, bei, ich glaube, der Film lief danach nochmal, stimmt, das war, glaube ich, nicht auf Kampnagel, sondern im Abaton ist das passiert. Die Kopie wurde beschlagnahmt und in, ähm, in England durfte Annie auch nicht vorgeführt werden, weil, ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist, wahrscheinlich hat sich das gar nicht geändert, weil der Blick in die Vagina ist verboten. Das ist, äh, ja, interessanterweise ist das irgendwie ein, immer, ist das immer noch ein Straftatbestand. Was weiß ich, ein irrigierter Penis ist ja auch Borno. Ja, aber das ist, also, äh, der Penis ist, glaube ich, nicht ganz, äh, so stark, ähm, illegalisiert, wie der Blick in die Vagina. Also, äh, das war mir auch fremd. Äh, ich weiß noch, dass die, äh, Vorführung von diesem Film abgebrochen wurde im, im Abaton. Aber der Film hatte doch unglaublich viele Festival-Teilnahmen, also, in Montreal, zum Beispiel in Toronto, aber dann auch im, äh, in, äh, in, äh, Taipei, in Hongkong, in Lissabon, Mexico City, also überall. Und wurden da auch Vorstellungen abgebrochen? Ähm, ähm, nee, ich glaube, bei Festivals ist nochmal der Konzert, Kunstanspruch größer und die Festivals haben noch mehr Freiheiten. Es hatte sich wahrscheinlich, ich glaube, es muss auch immer ein Ankläger da sein. Ähm, es schien so zu sein, dass nach den Kampnagelvorführungen irgendjemand sich bedroht fühlte und dann wurde die Staatsanwaltschaft angerufen und die Kopie wurde beschlagnahmt. Und beschlagnahmt heißt aber, dass die sozusagen mitgenommen wurde und du konntest selber auch nicht mehr daran? Ähm, die wurde also aus dem Projektor entfernt, also aus dem Vorführraum. Und du konntest sie dann aber wieder mitnehmen? Ja, ja, die konnte ich dann später wieder abholen. Ähm, ihr könnt euch gerne beteiligen, wenn ihr möchtet, dann komme ich mit dem Mikrofon zu euch. Ja. Ja, erstmal vielen Dank, ähm, sehr kurzweilig. Ähm, ich bin vor allem auch wegen den ersten Filmen aufmerksam geworden auf die Reihe und ich hatte jetzt mal ein bisschen eine Detailfrage. Ähm, die Protagonistin hat ja beschrieben, wie sie ein warmes, sicheres Gefühl empfindet, wenn sie, ähm, im Bondage ist oder gefesselt ist. Und ich fand, der Film hat, ähm, einen Kontrast gesetzt, weil diese Szene in der Badewanne und auch die Geräuschkulisse waren eher etwas, das haben in mir Anspannung erzeugt. Ich wollte einfach mal fragen, warum dieser bewusste Kontrast, war er da? Oder, ja, kannst du das vielleicht mal, äh, die Entscheidung, äh, erklären? Ähm, eine schwierige Frage, weil ich mich gar nicht mehr so genau erinnere, ähm, wie das 1983 so war. Ähm, ich glaube, das besteht aus so verschiedenen, äh, Positionen gegenüber, ähm, Bondage. Ähm, das war jetzt die Selbstaussage von Carol, der Frau vor der Kamera, die, ähm, ihre Gefühle beschrieb, gegenüber dem, äh, Gefühl gefesselt zu sein, ähm, in Sicherheit sich zu wiegen. Ähm, und drumherum war, glaube ich, mein Gefühl von erst mal in New York zu sein, ähm, von diesem, äh, von diesem wahnsinnigen, ständigen, ähm, Treiben von den Tönen umgeben zu sein. Also, ich glaube, das war halt der äußere Raum, der, äh, da ist, wohin, gegen die Carol da in diesem Badezimmer. Das war auch gleich anschließend nach einem Treffen von der Lesbian-Sex-Mafia, ähm, als ich mit der Carol da im Badezimmer drehen konnte. Ähm, das ist, glaube ich, so wie so ein, so ein geschützter Raum innerhalb dieser wahnsinnig brodelnden Stadt. Und ich glaube, ich wollte einfach beides, ähm, ähm, äh, so, äh, erfüllbar machen. Ist das eine Antwort für Sie jetzt? Okay. Du hattest da schon ein bisschen drüber geredet, aber ich wollte nochmal nachfragen. Das ist eine relativ allgemeine Frage jetzt. Aber was mir immer wieder auffällt, ist, dass die deutsche Filmszene zu deiner Zeit irgendwie, also, zu einer Anfangszeit, mir viel internationaler erscheint, als es wir heutzutage haben. Also, nicht nur du, sondern auch Elphi. Rose hat ja auch in, äh, Amerika viel gedreht. Und wir hatten auch Cynthia Beat und, ähm, ähm, äh, Bruce LaBruce und so, die in Deutschland gearbeitet haben. Und mich hat das schon immer interessiert, wie diese ganzen Verbindungen aufkamen. Und die, dieser ganze kreative, äh, ja, Austausch, der irgendwie weltweit stattfand, den wir heutzutage ja nicht mehr so ausgeprägt haben, habe ich das Gefühl. Also, dass wirklich alle, oder vielleicht bekomme ich es noch nicht mit, aber... Ja, es ist schwer zu beantworten, weil ich denke, dass heute sind wir eigentlich viel international vernetzter als damals durch die Medien und durch das Internet ist es ja eigentlich viel einfacher, international sich auszutauschen. Ähm, ich glaube, dass nur damals eine bestimmte Szene vielleicht mehr, ähm, ja, wo halt mehr europäisch-amerikanischer Austausch war. Und ich glaube, das war die frühe, äh, queere Szene, weil, also gerade auch Rosa sich sehr, sehr viel Anregungen aus, ähm, New York geholt hat. Und das war so das Mekka eigentlich in den 60er, 70er Jahren, in den frühen Jahren, weil die amerikanische, äh, Bewegung, ähm, viel politischer war und früher anfing und eben ein Teil der Bürgerrechtsbewegung in den USA war, die, äh, Europa sehr viel gegeben hat. Also das war einfach ein, sehr viel mehr Erfahrung und sehr viel kämpferischer, die Bürgerrechtsbewegung, aus der dann, und die, äh, Frauenbewegung, aus der dann letzten Endes auch die Schwulenbewegung und die Lesbenbewegung heraus hervorgegangen ist. Ja, erstmal danke für diese wunderbaren vier Kurzfilme. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, äh, vor 30 Jahren, das noch wesentlich provokanter war als heute. Und mich würde interessieren, wie würde denn, äh, wie würden diese Kurzfilme ausschauen, wenn sie sie, äh, heute drehen würden. Also, was, was, was brauchen wir, was, was muss uns heute verachrütteln? Äh, vielleicht auch gerade im Hinblick auf die unfassbare Brüderie im sozialen Medien, etc. Ui, äh, das weiß ich gar nicht, ob ich das beantworten kann. Ähm, vielleicht, äh, ja, sollten wir da alle drüber nachdenken, weil mir fällt das jetzt nicht direkt ein, äh, was ich da antworten soll, ähm, weil, also ich bewege mich ja immer nomadisch durch die Gegend und bin jetzt gerade wieder bei, bei anderen Themen angelangt, aber sicherlich wäre noch mal wieder eine freche, äh, ja, eine freche, auch kurze und, äh, direkte und auch vielleicht nicht so kunstvolle Art mit unseren, ähm, zur Zeit vorherrschenden, äh, Strömung umzugehen, wieder angesagt. Ich glaube, der deutsche Film ist gerade gar nicht so auf dieser Ebene unterwegs. Er ist entweder sehr poetisch, was ja auch schön ist, oder er, ja, er erzählt immer wieder ähnliche Geschichten aus der Mittelklasse, äh, Familiengeschichten, die vielleicht, äh, weniger den Zeitgeist jetzt in dem Sinne treffen oder die Elemente, wo es brodelt. Ähm, also ich bin da jetzt ernsthaft wirklich überfragt, weil ich mache zum Beispiel meinen nächsten Film über, ähm, eine sehr interessante Persönlichkeit in Taiwan, die Digitalministerin Audrey Tang, die eine Transfrau ist und eine ehemalige Hackerin und die, äh, sehr viel, äh, also entwickelt hat, ähm, und auch selbst programmiert hat, was hilft, um die Demokratie wieder, ähm, benutzbar zu machen sozusagen und die uns, glaube ich, ganz viel beibringen kann. Also ich bin jetzt irgendwo, äh, an einer anderen Stelle dieser Welt gelandet. Ich habe gerade keine Fragen mehr, dann würde ich vielleicht nochmal eine stellen, ähm, zu dem Porträt von Max, das ja wahnsinnig eindrücklich ist, wie er, ähm, so sehr offen, dieses ganze, diesen ganzen Prozess schildert, den er eigentlich durchlaufen ist. Und ich würde gerne noch mehr darüber erfahren, also, wie du, ähm, ihn kennengelernt hast und vielleicht auch, ob dieser Kurzfilm unabhängig von dieser Rolle auf Festivals oder im US-amerikanischen Verleih auch vielleicht noch woanders, äh, gezeigt worden ist. Ja, danke, Mann, ja. Ähm, Max war damals, ähm, ja, sehr viel unterwegs auch als, äh, Kurzfilm. Der lief auch, ähm, alleine auf Sundance beispielsweise und das beim Sundance-Festival, ähm, äh, das lag aber sicherlich auch daran, dass damals das Phänomen auch relativ neu war, äh, dass es Transmänner gibt. Und, äh, so war das eigentlich so das erste respektvolle Porträt von einem Transmann, der, was auch tatsächlich aufklärerisch ist, empfinde ich jedenfalls heute noch so. Und, ähm, Max kannte ich schon vor seiner, äh, Transition aus San Francisco. Äh, Max war, ähm, damals sehr befreundet mit einer guten Freundin von mir und die rief mich dann an. Und sagte, weißt du, was mit Max, was mit Anita los ist, äh, und so. Und erzählte mir das nur, war ich natürlich interessiert, weil ich vorher auch schon in New York, äh, Transmänner kennengelernt hatte. Und dann hab ich Max eingeladen, nach New York zu kommen. Und dann haben wir eine Woche gedreht bei mir in der kleinen Loft und so in den umgebenden Straßen. Und das ging deswegen auch so gut, weil Max Vertrauen hatte zu mir, dadurch, dass wir so aus einer ähnlichen Gruppe kamen in San Francisco, wo ich vorher auch eine Zeit lang gelebt hatte. Okay, um vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, ähm, was dich so antreibt, diese Filme zu machen. Du hast ja vorhin schon gesagt, du machst einfach das, was dir gefällt. Und siehst dich jetzt nicht erstmal, also wie die Medien dich vielleicht bezeichnen als Provokateurin. Aber was ist das genau? Ist es vielleicht trotzdem zum Unbewussten natürlich die Neugier? Und vielleicht auch, dass es dich interessiert, ähm, ich sag mal, die verschiedene Sexualität von Frauen, ähm, unter anderem, ähm, zu präsentieren, sichtbar zu machen, und den verschiedenen Menschen auf der Erde zu zeigen und Diskussionen anzulegen? Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe das ja auch als eine politische Aufklärungsarbeit, was mich total gefreut hat, dass meine Filme auch die älteren, äh, Jahre später entdeckt wurden, zum Beispiel in Ländern wie der Türkei und in Asien, äh, wo die Frauenbewegung halt später angefangen hat und da auch sehr viel zu Diskussionen beigetragen hat und dazu beigetragen hat, die Frauenbewegung da zu stärken. Also das macht mir am meisten Freude, wenn ich zum Beispiel eingeladen werde nach Ankara von einem Frauenfilmfestival und da, ähm, ganz wunderbare Diskussionen sich abspielen und die auch ein, sozusagen, äh, zum Empowerment beitragen. Und so eine Person wie die Camille Paglia finde ich einfach spannend, weil die sich als Frau hinstellt und sagt, bah, eine mächtige Frau wie ich. Ja, also das finde ich ganz wunderbar. Also welche Frau traut sich das eigentlich sonst, ne? Also immer noch nicht. Also mit so einer Schutzbedarf sich hinzustellen, zu sagen, ja, äh, I'm in love with myself, that's the romance of the century. Das finde ich einfach wunderbar. Und das wurde ihr natürlich auch sehr angekreidet, die wurde sehr gehasst in den USA, weil sie so ein wahnsinniges Selbstbewusstsein hatte. Und heute ist es etwas stiller um sie geworden. Ich glaube, sie ist jetzt emeritiert. Sie war lange Zeit Professorin in Philadelphia für Kunst. Und sie schreibt immer noch kleinere Dinge. Also ab und an erscheinen Aufsätze von ihr oder Zeitungskommentar, also in Printmedien und im Internet schreibt sie noch. Aber keine großen Entwürfe mehr, wie damals das Buch Sexual Personae, was zu großen Aufregungen geführt hat, vor allen Dingen in den USA. Und wäre es denn für dich spannend, so wie du es bei Gender Nauts gemacht hast, dann ja 20 Jahre später nochmal neue Porträts, die du nochmal aufgesucht hast, jetzt von diesen, also sehr viel später, so 30 bis 40 Jahre fast, die auch nochmal neu zu porträtieren? Ähm, nee, nee. Gibt es da noch weitere Fragen? Ja, dann hätte ich vielleicht noch so eine Art Abschlussfrage. Also ich habe mich wieder Gedanken gemacht, ob sich dieses, wenn man diese Filme, die du jetzt gemacht hast, so anguckt, ob sich das sexuelle Selbstverständnis der Frau so unbedingt geändert hat oder ob man es einfach heute viel offener und, ja, viel offener besprechen kann, auch in den Medien oder in anderen Filmen. Und dass es mehr, ich sage mal, Leute gibt wie dich, die einfach das in ihrem Film aufgreifen und vielleicht auch mehr Festivals das sichtbar machen. Ja, ich glaube zum Beispiel, mir ist aufgefallen, ich habe mir auch nochmal Dr. Paglia angeschaut, die sagt, dass der Feminismus die Welt nicht verändert hat. Und da, glaube ich, liegt sie falsch, weil ich empfinde schon, dass der Feminismus oder das Feministische oder das Denken, was über Feminismus nach vorne geholt worden ist, schon zumindest in westlichen Gesellschaften schon die Art, um miteinander umzugehen, doch sehr verändert hat. Und da denke ich, da ist sie zu pessimistisch. Also wir sehen ja auch im Filmbereich gibt es ja die Pro-Quote-Filme, die sich seit längerer Zeit stark macht dafür, dass mehr Frauen hinter der Kamera sind und dass sich auch Prinzipien ändern, dass also auch Schauspielerinnen, die jenseits der 40 sind, noch Jobs bekommen, dass das Body-Shaming aufhört. Also da sind doch sehr viele Impulse passiert, die, denke ich zumindest, also in Deutschland, in Mitteleuropa, Nordeuropa, Nordamerika, doch den Frauen ziemlich viel mehr Platz gegeben hat in den Medien. Mir fällt jetzt doch noch eine Frage ein. Was ich noch festgestellt hatte, ist, du hast ja am Anfang tatsächlich eher Spielfilme gemacht, mit Verführungen wie Grausame Frau, Jungfrau-Maschine und My Father's Coming. Und danach, also nachdem vielleicht diese Compilation jetzt auch fertig war, hast du dich ja überwiegend dem Dokumentarfilm gewidmet. Wie kam es dazu, war es für dich so eine bewusste Entscheidung, dass du mehr Autorizität erreichen kannst über die dokumentarische Form? Ja, ich liebe Dokumentarfilm, weil das einfach näher an der Wirklichkeit ist. Und viele Spielfilme, die ich sehe, sind mir einfach, die glaube ich einfach nicht. Ich glaube den Figuren nicht, den Charakteren nicht und denke, das sind wirklich Kopfgeburten. Und ich mag Spielfilme natürlich auch. Und vor allen Dingen mag ich hybride Filme, die sehr viel aus der Wirklichkeit reinnehmen, also so Mischformen. Spielfilme, die viel Dokumentarisches reinnehmen oder auch eben Dokumentarfilme, die narrativ erzählt sind. Und das finde ich eigentlich, diese Zwischenbereiche, finde ich am spannendsten. Und so herkömmliche Spielfilme, die nach allen Regeln funktionieren, die interessieren mich auch gar nicht anzugucken im Kino. Ich wühle mich gerade durch das Berlinale-Programm und kann dann auch oft schon sehen, wenn ich die Synopsen lese, kenne ich schon, habe ich schon irgendwie 30 Mal gesehen, was bestimmte Spielfilme angeht. Und da gucke ich mir halt eher die Dokumentarfilme an. Vielleicht muss ich trotzdem sagen, dass wir als Abschlussfilm dieser Reihe, den ich am 6. März, einen Spielfilm zeigen, den du wahrscheinlich kennst, zu A Night is Falling von Kakrisha Rossema in einer restaurierten Kinofassung. Und ich würde mich freuen, euch da wiederzusehen. Und ich bedanke mich ganz herzlich, Monika Treu, dass du heute da warst. Danke, Lika. Danke, Lika. Danke. Applaus Applaus